So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe heute ein besonderes Thema für euch vorbereitet, was natürlich die Nation wieder spalten wird. Und zwar geht es um Zorua, was ja jetzt neu erschienen ist, was vom 28. Oktober bis zum 1. November in Pokémon GO erhältlich ist. Ich habe heute ein Video nochmal darüber gemacht, wie das eigentlich funktioniert, wie man Zorua nun bekommt. Da gab es ja auch ein bisschen Diskussionsstreitereien, kommt nur aus Rauch, kommt nur aus Modul, kommt nur hin und her, was weiß ich. Nein, wild erscheint das und hat die Form von eurem Buddy. Und jetzt war das Problem ja das, manche haben gedacht, die sind so schlau, sie haben eine Map. Und auf der Map wird angezeigt, wenn in denen ihrer Stadt 100% zur Ruhe spawnt, so sind die dann dort hingegangen. Das war ja getan als dein Buddy, wenn du also ein Giratina als Buddy hattest, ist an dieser Stelle ein 100% Giratina gesessen. Du bist hin, du hast 100% Empfangbildschirm gehabt, mit diversen Apps konntest du Empfangbildschirm schon sehen, dass da 100% dran steht. Wenn du es dann aber gefangen hast, hat es sich ja umgewandelt in ein Zorua und bei dieser Umwandlung wurden die IV komplett neu gewürfelt. Es war also eigentlich nicht möglich, mit einer Map oder mit irgendwelchen Feeds aus irgendwelchen Apps gezielt ein 100% zur Ruhe zu bekommen. Denn alle, die es dir anzeigt, sind im Empfangbildschirm zwar 100% Pokémon, nämlich dein Buddy, aber weil die sich nach dem Empfang umwandeln, wurden auch die IV neu gewürfelt, sodass es dann nicht mehr 100% war. Jetzt ist ein Trick rumgegangen, ein Glitch, ein Trick, ein Tipp, ein was weiß ich, einfach schnell und einfach, BisaFanTV mäßig. Den habe ich mir angeguckt, den haben etliche aus der Community getestet und es funktioniert wirklich. Und die Leute, die das nutzen können, haben jetzt also bis zum 1. November noch Zeit, mit etwas Glück, also ein 100% zur Ruhe zu bekommen, einfach, schnell und einfach und noch mehr schnell und überhaupt. Ich zeige euch dazu mal hier kurz dieses Video von PokéNemo. Das ist der Kanal, da ist dieses Video aufgetaucht. Würde mich nicht wundern, wenn das morgen eine Million Aufrufe hat. Trick to catch zur Ruhe, 100% e.V. Pokémon Go Tutorial Glitch. Ich lasse es einfach mal kurz ablaufen. So, das ist der erste Buddy gewesen. Ein Kleinstein. Der Buddy wird gewechselt. Auf ein Vesprit. Der Buddy wird wieder gewechselt. Wieder zurück auf das Kleinstein. Jetzt wird eine Koordinate eingegeben, von einem Standpunkt, wo ein 100% zur Ruhe eigentlich sitzt. Was ja normal als Buddy von euch auftauchen würde. Ihr seht aber schon, es taucht nicht euer Buddy auf, sondern ihr seht direkt zur Ruhe im Fangbildschirm mit den 100% e.V. Und dadurch, dass es schon zur Ruhe war im Fangbildschirm, hat es sich nicht nochmal verwandelt, sondern hat diese Form und diese I.V. beibehalten. Schöne epische Musik hintergelegt und so weiter. Deswegen, klar, jetzt werden die Legend-Spieler sagen, boah, diese Dreckspoofer und sonst was. Ich weiß aber trotzdem, dass viele Leute, die gerade auch diesen Kanal abonniert haben und viele andere Leute gerne mal reisen und unterwegs sind. Und die könnten das jetzt nutzen. Ihr könntet es natürlich auch nutzen, selbst wenn ihr nicht spooft. Wenn ihr eine Map habt in eurer Stadt. München zum Beispiel hat eine riesengroße Map. Wir haben Leute aus der Community, die haben in ihrer Stadt eine Map. Wir selber haben ja auch eine Map. Das ist ja auch so ein Ding. Das zeige ich ja auch immer öfters. Wir haben eine Map für Hildburghausen. Da lasse ich mir immer die Raids anzeigen, dass ich weiß, wann, wo, wie ein Raid ist. Und wenn ein 100% Pokémon auftauchen würde, würde das auch unsere Map anzeigen. Irgendwohin saß da zum Beispiel irgendwo Irrbis. Wenn ihr also eine Map habt in eurer Stadt und ihr wüsstet genau, zwei Straßen weiter sitzt eigentlich ein 100% zur Ruhr. Dann könnt ihr gezielt dieses 100er abholen. Wenn ihr normalerweise da hingegangen wärt, hättet ihr ja euren Buddy auf der Map gesehen. Den mit 100% Empfangbildschirm gehabt. Danach hätte es sich umgewandelt in zur Ruhr. Die 100 IV wären weg. Durch diesen Trick, da gab es auch verschiedene Versionen, aber ich finde, das ist am einfachsten. Da musst du nicht hier nochmal weglaufen und nochmal ändern und nochmal neu laden und nochmal hin und her. Der Kollege hat einfach den Buddy, den er hatte. Also ihr startet euer Spiel. Ihr habt euren Buddy, den ihr einfach wechselt auf irgendeinen anderen Buddy. Ihr wechselt wieder zurück auf euren ersten Buddy. Und teleportiert euch sozusagen dann dahin, wo das Pokémon sitzt. Und dann sitzt das schon ohne Kostüm. Es kommt irgendwie wahrscheinlich durcheinander. Weil dieser Wechsel zwischen Buddy und Buddy und Buddy, das kann der Nisch verarbeiten in seinem kleinen Köpfchen. Und deswegen zieht der seine Tarnung aus und setzt sich so offen auf die Map und sagt, ey, ich trickst dich aus. Warum trickst du mich denn aus? Und so musst du dem das zurückgeben, genau. Klingt jetzt schon mal komisch, ja. Und deswegen hat er das ja auch so gemacht. Er hat eigentlich einen Kleinstein drin gehabt. Das muss nicht mal auf der Map rumlaufen und rumrennen. Dann wechselt ihr auf ein anderes Pokémon, was auch nicht auf der Map rumrennen muss, um wieder zurückzuwechseln, um wieder nicht auf der Map mit dem Buddy zu sein. Und durch dieses Wechsel verliert das irgendwie die Tarnung und ist komplett plem plem. Und dann könnt ihr, wenn ihr Koordinaten habt von einem Hunderter, dort hinspringen. Dann seht ihr schon, dass das so auf der Map auch sitzt, ohne seine Tarnung. Und 100% IV hat auch nach dem Fangen. Wo ihr natürlich jetzt Koordinaten herbekommt, ist eine andere Sache. Es gibt immer noch Leute, die sind mal mit Aipogo unterwegs. Die haben natürlich einen Koordinaten-Feed, können sich das raussuchen. Es gibt immer noch Leute mit PG-Sharp, die haben auch einen Koordinaten-Feed, denke ich mal. Können sich das raussuchen. Es gibt diverse Discord-Server, wo man das raussuchen kann. Es gibt eben Maps, auch für eure Städte. Da sind auch Koordinaten dabei. Oder ihr könnt da vor Ort dann hin. Und dieser Kanal, Pogenemo, steht auch hier. Du kannst finden zur Ruhr Korts in Pogenemo Discord-Server. Also vielleicht als Dank, dass der Kollege da diesen Trick, diesen Glitch gezeigt hat und bekannt gemacht hat. Könntet ihr auch auf seinen Discord-Server, werbeübergreifend hier. Ich kenne den nicht, er kennt mich nicht. Aber könntet ihr da vielleicht auch gucken, wegen 100% zur Ruhr Korts. Ich meine, ob da wirklich welche drinstehen, weiß ich nicht. Vielleicht ist das nur so ein Bauern-Fang-Trick, damit er halt Leute auf seinen Discord-Server lockt. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp. Es gibt viele, die haben Korts, die hüpfen dahin. Die sagen, oh, guck mal, ich habe hier Mewtwo. Jetzt habe ich 100% Mewtwo. Jetzt ist es zur Ruhr mit 46%. Was ist denn das? Nein, wenn ihr wirklich einen 100er habt, nutzt das. Wechselt euren Buddy zweimal. Einmal auf einen anderen, einmal auf den, den ihr eigentlich ursprünglich hattet, als ihr die App gestartet habt. Springt dann erst zu dem 100er und dann sitzt es eigentlich öffentlich auf der Map. Wie es jetzt ist, wenn ihr wirklich vor Ort seid, wenn ihr wisst, ihr seid in eurer Stadt, da sitzt was. Vielleicht funktioniert das dann doch mit dem Laufen. Wenn ihr nicht teleportieren könnt, ihr legit unterwegs seid, keinen Joystick habt, aber eine Map habt in eurer Stadt, muss es wohl so sein, dass ihr dahin lauft, wo ihr das Pokémon sitzen habt, es aber nicht antippt. Und euren Buddy, während ihr das auf der Map seht, wechselt, dann weiterlauft, sodass das kurz wegploppt, man nicht mehr sieht. Dann wieder auf euren ersten Buddy zurück wechselt, den ihr ja eigentlich hattet, als ihr die App gestartet habt und da hingegangen seid. Und dann lauft ihr wieder zu diesem Punkt, wo das sitzt, weil wenn ihr euch entfernt, Holger Schmidt, Grüße gehen raus. Wenn ihr euch entfernt, die spawnen das ja kurz, wenn ihr in die Nähe kommt, spawnen das ja wieder. Das heißt also, wenn ihr nicht aus dem Nichts euch dahin teleportiert, sondern sowieso daneben steht, müsst ihr das halt so lösen. Aber so könnt ihr auch mit einer Map vor Ort bei euch in der Stadt das probieren. Das müsste auch gehen, habe ich auch Videos dazu gesehen. Okay, also wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr die App startet, dass ihr einen Buddy habt und entweder tauscht ihr den auf einen zweiten, wechselt auf den ersten zurück und über Koordinaten hüpft ihr dann zu einem Hunderter, was schon enttarnt auf der Map sitzt. Oder wenn ihr eine Map habt und dahin gehen könnt, dass ihr mit eurem Buddy dahin geht, den Buddy dann wechselt, während ihr das seht, ein Stück weiter geht, dass ihr es nicht mehr seht, wieder auf den ersten zurück geht und wieder angeschlichen kommt, dann ist das auch verwirrt und hat in der Zeit seine Tarnung abgelegt und dann könnt ihr das auch fangen. Und dann ist das auch ein Hunderter. Wenn ihr eine Map habt in eurer Stadt, schreibt es mal rein vielleicht. Also wenn jetzt einer aus München kommt und schreibt, ich komme aus München, wir haben eine Map. Dann kommt da einer aus Hüttburghausen, ich bin Hibu Häuser, ich habe eine Map. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ansonsten nutzt das. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, ist auf jeden Fall richtig genial. Und so haben sich viele jetzt aus der Community und so gerade auch schon ein Hunderter gesichert, habe ich gesehen. Da ist keiner im Nachteil, der das jetzt nicht hat, aber die Leute haben einfach Spaß damit, das gerade auszuprobieren und ihre Sammlung zu vervollständigen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Probiert's, probiert's, probiert's. Ich kann das Video auch nochmal kurz abspielen zum Abschluss. Grüße gehen raus an Pogo Nemo, der nicht Deutsch redet, aber so funktioniert das auf jeden Fall auch. Buddy wechsel, zurück wechsel, dann dorthin hüpfen und dann kannst du das mitnehmen. Wichtig ist wahrscheinlich, wie es hier oben noch steht, dass du nicht zur Ruhe als Buddy nehmen sollst, weil sonst kann es sein, dass es nicht klappt. Also ihr könnt alles nehmen, außer zur Ruhe als Buddy. Die hat einen kleinen Stein, wechselt einfach auf einen Wesprit, wechselt dann zurück wieder auf einen kleinen Stein. Beziehungsweise ist auf einen 100% Wesprit gewechselt. Also du musst als zweites Pokémon wahrscheinlich einen Hunderter Buddy nehmen. Noch sicherer ist es, wenn das erste, was du hast, ein Hunderter ist und dann auf ein anderes Hunderter wechselst und zu dem ersten Hunderter wieder zurück. Ich glaube, das habe ich vergessen. Ich glaube, das ist das, warum es dann überhaupt die 100% IV hat. Weil es seine Tarnung ablegt und die Werte von dem übernimmt und dann ohne Tarnung diese Werte hat. 100% zur Ruhe. Weil das Wesprit hat ja 100% gehabt, was er jetzt hier hatte. Ja, ich glaube, das ist noch wichtiger. Also, das ist wichtig, dass ihr auf einen Hunder Buddy wechselt und dann zu eurem ursprünglichen zurück. Macht einfach zwei Hunderter, wechselt zwischen den zwei kurz, zack, zack. Das wird doch, jeder wird doch bestimmt zwei Hunderter Pokémon haben. Die, die sowieso fliegen, werden bestimmt zwei haben. Packt einen Hunderter rein, wechselt auf einen Hunderter, geht zurück zu einem Hunderter und dann hüpft zum Zuruhr. Fertig. Peace out for out, euer Ramses und wir müssen gleich los ins Kino. Ciao.